selbes liebe bono of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal crispy frische news aus direkter blizzard quelle die dritte mdi season oder das turnier das mdi zur dritten season von shadowlands wurde um eine woche nach hinten verschoben normalerweise wäre es nächste woche mit dem ganzen kram schon losgegangen zumindest mit den qualifikationsrunden also den time trials da aber immer noch das race to world first stattfindet und blizzard nicht abschätzen kann denke ich wann der boss denn fallen wird haben sie das ganze eine woche nach hinten verschoben also ihr könnt euch immer noch anmelden bis zum ersten april die finale welle an einladung für den tournament realm für den turnier realm gelten oder werden bis zum 5 april ausgesandt welle 3 kommt bis zum 28 vom 28 bis 30 märz welle 4 vom ersten bis 5 april und die time trials also die quali runden starten dann am 6 april und gehen bis zum 12 april die teams die sich dann qualifizieren dürfen ab dem 22 april in der gruppenphase antreten und warum blizzard das ganze verschoben hat ist relativ simpel in der vergangenheit echo oder vorher method hat die letzten vier mdi's gewonnen liquid beziehungsweise limit war immer dabei und auch andere top raider die stecken halt jetzt alle noch im race to world first drin schon seit zweieinhalb wochen knapp konnten kaum trainieren weil sie sich halt auch aufs race to world first vorbereiten mussten und dementsprechend hat blizzard das ganze ein bisschen nach hinten geschoben kann ich auch verstehen ich denke normal sterbliche werden so oder so selbst wenn sie keine zeit zum üben hätten würden nicht an diese pros rankommen und gleichzeitig will blizzard ein möglichst starkes turnier haben und halt die besten spieler der welt da vertreten haben und wäre bitter für sie wenn die hälfte nicht teilnehmen könnte wegen race to world first gleichzeitig wenn ihr einfach nur teilnehmend an diesen time trials kriegt ihr dieses encrypted banner of the opportune ist ein spielzeug womit ihr so ein banner aufstellt müsst ihr einfach nur teilnehmen und es gibt gleichzeitig news zum thema secret phase jailer mythic ich habe heute gebannt das race to world first verfolgt echo kam eben an einen pull unter 15 prozent und es wird immer noch gemunkelt ob es eine mythic only phase gibt oder eine secret mythic phase falls die bei 15 prozent kommt wird sie noch nicht getriggert scheinbar und es gab hotfixes gestern die eine fähigkeit des jailers genervt haben die tatsächlich so noch nicht in den tries gesehen wurde also die hotfixes sprechen von der fähigkeit die worded life shield was den absorb da um 66 prozent runter nimmt und diese fähigkeit betrifft wohl den kerkermeister und azeroth im kampf selber ihr seht das hier jailer draws azeroth's energy into himself healing himself for three percent of maximum health every one second for eight seconds and creating a shield that absorbs damage die vermutung liegt deswegen nahe dass wenn der jailer einen gewissen schwellenwert an gesundheit erreicht hat dass er diesen spell einsetzt den er bisher noch nicht gemacht hat acht mal drei sind 24 also wer er dann bei gesundheit bei der das triggert plus 24 prozent und er kriegt noch mal ein schild oben drauf und der fight ist so schon richtig knackig also weiß nicht echo hätte mit dem best try unter 10 prozent kommen können aber selbst da wären es halt glaube ich noch weiß nicht 12 13 14 millionen hp gewesen die man einfach mal so runter prügeln muss und wenn man sich vorstellt da kommt noch mal was drauf holy shit ich bin gespannt ob das ganze triggert ob bei 10 prozent 0 prozent ich glaube die spieler werden es auch sein wäre ziemlich bitter wenn der boss auf 0 prozent geht und dann ja fuck it ich halte mich wieder hoch try again aber wie gesagt gucken wir uns mal an was da passiert schreibt mir eure meinung gerne in die kommentare und damit danke fürs zusehen bis zum nächsten video reingehauen 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 bis zum nächsten video reingehauen